servus und willkommen zurück in der bundesfilm anstalt zu einem weiteren video schön dass ihr wieder mit dabei seid und heute ist es endlich soweit ich habe so viele jahre gewartet auf einen film und jetzt ist endlich bei mir eingetroffen und heute schauen wir uns einmal an wie es mit mad heidi ausschaut ja ich habe ja vor einigen wochen das ist schon wieder ewig her war so ein bisschen am oz video gemacht ich glaube es waren sogar zwei zum thema mit heidi was aber jetzt weniger mit dem eigentlich gar nichts mit dem film zu tun hatte sondern eher mit dem gewählten vertrieb und es ging auch ein bisschen um dieses media book von swissploitation direkt aus der schweiz dazu kommen aber später noch das ist jetzt die tage letzte woche bei mir eingetroffen und das schauen wir uns natürlich gleich an ich möchte aber vorab so ein bisschen was weil jetzt wirklich so lange auf den film gewartet habe ein bisschen vorab was dazu erzählen dieses video soll also praktisch so ein komplett paket sein dass sie euch informieren könnte wissen der film überhaupt so was können sie davon erwarten lohnt sich das überhaupt es zu kaufen wo könnte das kaufen und ihr wisst bescheid mad heidi ist ein jahr ich würde jetzt einmal sagen splatter film exploitation film aus dem jahr 2022 also ganz ganz neu aus der schweiz ja praktisch swissploitation ja exploitation aus der schweiz so der erste film in diesem show quasi das haben sich die beiden regisseure da auf die fahne geschrieben das zu machen zwar johannes hartmann und sandro klopfstein und das ist natürlich gleichzeitig ihr erster abendfüllende spielfilm quasi das debüt wenn man so will und ob dabei was ordentliches rausgekommen ist schauen wir gleich einmal kaspar fandin spielt mit kaspar fandin der spült hat den schweizer präsidenten kaspar fandin der ist natürlich vor allem mir vor allem bekannt aus starship troopers natürlich der hat in zig filmen mitgespielt ja kaspar fandin für mich starship troopers ist natürlich da so seine parade rolle das heißt er hat schon so ein bisschen ja auch erfahrung mit so mit filmen mit so politik parodien ja wenn man so will starship troopers ist ja einer für mich eine der besten ja parodien überhaupt ja wenn man so will satieren ja und ein meisterwerk wie ich finde eine satire auf den faschismus und so ähnlich ist es ja so ein bisschen bei mad heidi auch alice lucy spielt praktisch so spielt die heidi ja sehr sehr hübsche schauspielerin meine güte allein sie ist ja schon fast ein grund alleine ein grund den film anzuschauen ja wirklich toll und hat auch wirklich toll gespielt und wenn haben wir noch dabei es ist ein bisschen so ein internationaler cast natürlich sind schweizer schauspieler dabei eben zum beispiel wie die alice lucy dann haben wir david schofield dabei der spielt hier den allem sehr sehr gut und wie heißt jetzt wieder der darsteller vom jetzt muss ich schnell spicken max rüdlinger kommandant knorr der ist mir ja aus dem trailer oder aus den teaser trailern ja kommandant knorr somit am meisten im kopf geblieben weil er einfach großartig ist ja im trailer schon die dreckige lache die kann man sich ja überhaupt nicht ausdenken super ja also ich finde die besetzung ist es wirklich sehr sehr gelungen bei dem film und mad heidi ist natürlich ja ich übrigens ich bin im jahr ich glaube 2018 zum ersten mal überhaupt auf den film aufmerksam geworden und zwar auf dem weekend of hell in dortmund damals ich bin mir nicht hundertprozentig sicher ich glaube es war 2018 da haben die so einen stand gehabt auf dem weekend of hell und mit postern und so weiter weil dieses ganze projekt war ja crowdfunding finanziert ja also nur durch spenden von investoren ich glaube von zwei millionen franken oder was war die rede was die gebraucht haben und dann auch zusammenbekommen haben über die jahre ja man konnte da praktisch mit auch mit dem kauf von merchandise artikeln und so weiter die filmproduktion unterstützen so auch mit der zum beispiel vorbestellung von diesem schönen stück aber wie gesagt dazu kommen ja später noch also und seit dem jahr 2018 habe jetzt auf den film gewartet es hat jetzt also vier jahre seitdem noch gedauert bis das ganze jetzt rausgekommen ist der hatte ja auch einen kino release bei uns aber glaubt mir nur wenige tage ich habe im kino nicht angeschaut weiß da irgendwie nicht so passt hat zu dem zeitpunkt aber ist ja nicht schlimm jetzt ist er eingetroffen und ich habe jetzt angeschaut und natürlich ja die erwartung war natürlich für mich ja ich will jetzt da so ein völlig abgefahrenen fans blätter sehen das waren erst mit tollen practical effects da habe ich mich sehr sehr darauf gefreut und also das was man in den trailern auch schon gesehen hat und habe ich das bekommen ja ich will euch jetzt nicht eine komplette inhaltsangabe geben zu dem film ich glaube es gibt schon die eine oder andere wirklich weitreichende review aber was ich euch definitiv sagen kann dieser film mit heidi ist ein absolut wilder mix aus sämtlichen exploitation movies aus der vergangenheit die ihr euch nur vorstellen könnt das sieht man auch sehr schön im bonus material welche einflüsse aus welchen filmen da dabei sind woman in prison filmen zum beispiel habe ich halt zum beispiel auch ilsa t shirt an ich habe eigentlich auch mit heidi t shirt aber ich habe es nicht mehr gefunden ich weiß nicht vielleicht liegt es bei meiner frau ich habe keine ahnung deswegen heute usa t shirt aber das passt eigentlich auch sehr sehr gut weil wir haben so richtig in dem film auch einen part der wirklich so ja frauen gefängnis film teil ist wir haben zombies mit dabei laktose zombies das kann man sich überhaupt nicht ausdenken das ist völliger wahnsinn auch das haben wir dabei dann aus verschiedenen einflüsse aus verschiedenen asiatischen filmen blutig wie sau und das hat man da in ein wildes konglomerat zusammengeworfen auch rap and revenge streifen und so weiter wie thriller und co viele viele referenzen auf diese filme wird man finden und man wird in vielen szenen sagen das habe ich doch irgendwo schon mal in der form ein bisschen das kommt daher und so weiter und das ist als schön für leute die das genre mögen die exploitation movies mögen ja für die ist das eine wahre fund gruppe und das ganze wird zusammen gemixt in so einem heimatfilm background ja mit schweizer klischees vollgestopft bis zum geht nicht mehr im ein das natürlich dieses regimen das wir hier betrachten und ich meine das hat man ja auch in dem in dem trailer schon gesehen es geht natürlich auch um einen gewissen politischen background und das natürlich da sehr sehr viele referenzen aus dass deutschland der nazizeit sind ja man sieht es an den uniformen und so weiter ja ich mein klar was zieht man raus wenn man irgendein faschistisches regimen braucht in einem film nazi deutschland ist ja klar logisch weil das böser geht es ja nicht deswegen das ist natürlich immer wunderbar und bietet sich natürlich anweisheit auch einfach böse ausschaut ich meine die schwarzen uniformen und anbinden und weiß der geier was das bietet sich natürlich auch an für so ein exploitation movies da gibt es ja auch unzählige also und da haben wir halt auch wieder diese eben diese politik satire ja deswegen habe ich eingangs ja gesagt auch wie es ja auch bei starship troopers im endeffekt ist da ist es ja so ähnlich deswegen sage ich ja caspar fandin der dürfte da eigentlich schon recht erfahren sein wir haben natürlich auch ein bisschen nackte haut mit dabei wie sich in so einem exploitation film natürlich gehört nicht allzu viel gerade von alice lucy hätte gern nur ein bisschen mehr gesehen aber es ist völlig in ordnung also ein bisschen nackte tatsachen haben wir auch aber das ist jetzt nicht zu wild also da gibt es schon andere streifen die da deutlich mehr auf die kacke jahren muss aber ja auch nicht immer sein dafür haben wir aber sehr sehr viele richtig geile handmade special effects diese ganzen splatter effekte die wir in dem film haben und es gibt zahlreiche davon ja wo auseinander card in der mitten gtm hängen raus irgendwelchen einschuss zeug oder blut spritzt in mengen köpfe zerplatzen ja der arme geisenbäder ja die wir da die rübe geradezu weg zermädelt ja das ganze sieht großartig aus des special effects team hat wirklich also was dir gerade diese praktische effekt angeht hervorragende arbeit geleistet wie ich finde es ist das sieht einfach nur super aus ja und immer klar wir haben natürlich mit dem schwarzen geißen peter da haben wir natürlich auch noch mal so was der der schwarze geißen peter der vertickt da quasi ja jetzt keine drogen aber irgendwie auch schon er verkauft so auf dem schwarzmarkt käse ja unter der hand ja der dealer quasi der schwarze dealer ist auch mit dabei ja darf nicht leider nicht allzu lang mitmachen ja aber das ist alles natürlich sehr gelungen sehr satirisch schwarz humorig ja und die schweizer nehmen sich da auch natürlich sehr sehr schön selbst auf die schippe und das macht einfach sehr sehr viel spaß die so ein film zu sehen wo sie auch darum geht einen tyrannen zu stürzen rache zu üben ja und den bösen das handwerk zu legen und wir haben natürlich auch einen wunderbaren diesen jetzt muss ich mal schnell nachschauen wir im film genannt wird ich vergesse es jetzt mal so diesen diesen komischen typen mit diesem der ausschaut wie so ein kuhklatt ja genau der neutralizer also der neutralisator der ich zeige es kurz einmal im booklet so schaut er aus ja der neutralisator und so ein kampf in so arena also wir haben praktisch gladiator haben wir auch noch mit neugemischt ja ich glaube es gibt sogar beim russell crow gladiator film gibt es glaube ich sogar ein der sogar mit so einem kuhzeug da rumäumelt also da haben sie sich inspirieren lassen im wette weg und haben abgefahren ist kostüm gemacht und der schießt aus kuhglocken mit so morgensternen rum und weißt es ist völlig absurd völlig banane und ich kann euch bloß eins sagen ich mein klar die story ist natürlich es ist der exploitation film entschuldigung ja splatter ja und es großartiger hat mich super unterhalten ich hatte so viel spaß mit dem film meine güte ja also ich glaube die hatten auch sehr viel spaß beim drehbein im film muss man eigentlich haben ich gebe jetzt einfach mal so meine wertung zum besten ich gebe mit heidi acht von zehn toblerone stücke ja gerade für so wenn man sich jetzt bedenkt das ist ein erstlingswerk der erste abend füllende spielfilm von unserem regie duo und das ding ist so hochwertig produziert und schaut optisch so gut aus ja so viel gute practical effects da ist so viel liebe ins detail reingeflossen was die kostüme angeht was auch die den ganzen background angeht was die kulissen angeht natürlich haben wir auch cgi mit dabei ich meine manche sachen wie so ein gefängnis das kann ich nicht einfach aufbauen preiste cgi aber das schaut man sieht auch dass es cgi ist aber es schaut nicht es ist jetzt nicht asylum cgi das schaut schon gut aus ja und wir haben aber auch echte explosionen dabei das geht so toll ineinander über wenn wir dann so cgi haben und dann die praktische effekt das schaut alles super gut aus optisch deswegen wie gesagt ich kann das genre fans sagen 8 von 10 toblerone war super unterhalten das ist einfach klasse film und das warten hat sich für mich gelohnt und ich hoffe dass da noch weitere filme kommen ja das wäre das wäre großartig in diesem in diesem rahmen das wäre wäre super super geil auf jeden fall soweit zu meiner meinung zu mit heidi vorab dass da ein bisschen wisst worum es in dem film geht und jetzt werden wir uns gleich das schöne media book da anschauen was ihr da erwarten könnt ich kann euch leider 1 vorweg schon sagen das könnt ihr nicht mehr kaufen dass dieses media book können sie nicht verkauft nicht mehr kaufen das gab es exklusiv bei swissploitation als im med heidi shop damals ich habe sehr sehr viel geld dafür bezahlt weil das war natürlich auch teil dieser dieses crowdfunding das heißt ich habe damals ich glaube 75 euro glaube ich das war vor drei jahren oder was das angeboten haben da war noch nicht mal klar da stand bloß irgendwas von collectors edition ungefähr das könnte dabei sein hier 75 euro bitte da ob das am media book wird was das wird hat man zum damaligen zeitpunkt und einmal gewusst aber es war halt wichtig auch für mich zu sagen ich habe bock auf den film und das geld fließt einfach zu einem sehr sehr großen teil zum überwiegenden teil in die produktion des films deswegen natürlich war es teuer aber man hat sie ja direkt an dem film beteiligt an dem crowdfunding deswegen da kann man jetzt über den preis nicht so meckern weil er ist es hat ja das dann auch jetzt kurz vor release nochmal den rest im shop gegeben wie gesagt ich habe was den vertrieb angeht da video dazu gemacht und ein bisschen gemeckert und gemosert weil das nicht ganz so toll waren da hat es glaube ich dann 60 euro euro oder was gekostet da haben natürlich dann eigentlich so 60 euro voll teuer ja aber damit ich hätte ich würde eigentlich auch sagen das ist viel zu teuer aber in dem fall wenn es um ein crowdfunding projekt geht wo einfach das geld auch eben nicht nur als gewinnerzielungsabsicht hier für das media book oder was da ist sondern um den film zu produzieren da muss man schon ein bisschen das muss man dann schon ein bisschen so auch so sehen wie es tatsächlich ist deswegen über den preis brauchen wir gar nicht meckern wie gesagt ich habe es damals bestellt und habe noch nicht einmal gewusst was ich kriege zum damaligen zeitpunkt deswegen aber das war mir wichtig soviel kurz zum hintergrund was diese edition angeht wir schauen sie uns jetzt an und auch ihr werdet auch erfahren ob ihr was verpasst wenn ihr die bonus disk die hier exklusiv mit dabei ist nicht habt ja wir sehen uns gleich wieder in der unboxing perspektive ja bis gleich so und da haben wir jetzt liegen das gute stück unser swissploitation matt heidi exklusiv collectors edition media book ja wie gesagt das gab es nur exklusiv im matt heidi shop zu bestellen inzwischen gibt es nichts mehr davon ich glaube 2000 exemplare gibt es insgesamt wenn mich nicht alles täuscht 2000 stück genau für alle die das jetzt nicht bekommen haben es wird ich weiß leider nicht wann auch in deutschland eine media book auflage geben von nameless media auch dieses media book ich weiß bevor es in die kommentare mädels auch das wurde produziert von von media book produzenten von nameless media ist klar wir haben auch gleich an der qualität sehen aber da kommen media books von von nameless allerdings fehlt in denen dann die zusätzliche bonus disk die hier mit dabei ist dafür gibt es 4k disk jetzt aber gleich zur info vorab matt heidi wurde nicht in 4k gedreht sondern in 2k und das heißt das ist ein wird dann ein abscales sein wie gut das abscales ist auf der in dem nameless media book das weiß ich nicht die blu ray die hier drin ist die ist top die bild und tonqualität ist wirklich technisch hervorragend also das sieht super aus klingt super wenn sie anlage daheim hat wird euch da alles um die ohren fliegen mit dts hd master audio großartig ja die 4k wird also kein natives 4k sein so viel bloß vorab das wieder abscales sein inwiefern das dann besser ist nicht besser ist das weiß ich nicht keine ahnung es gibt auch schon er gibt es auflage davon allerdings deutschland auch da habe ich ja was dazu was halt den vertrieb betrifft das ist nicht so schön aber ihr könnt das keep case bei cd in der schweiz bestellen kostet allerdings auch schon über 20 euro das gibt es schon seit februar glaube ich aber ihr könnt es bestellen da ist auch deutscher ton drauf also wenn es nicht mehr warten wollt auf den deutschen release oder wenn sie sagt man die media books werden wahrscheinlich auch rund about 40 euro oder was kosten wo jetzt nicht so viel geld ausgeben da schaut bei cd ich verlinke es euch unten in der video beschreibung so das ist unser cover motiv da ist die heidi drauf das ganze ist ein mattes media book und der med heidi schriftzug und die heidi sind in sportlack ihr seht sich schon sportlack ohne ende auf der auf media book ganz ehrlich mir hätte es ein bisschen besser gefallen wenn man nur den schriftzug vielleicht in sportlack macht hätte oder nur das schwert oder so das ist mir ein bisschen zu viel sportlack ja ich meine muss er jetzt wieder auf hohem niveau aber ich finde das mit dem schlichten hintergrund und die heidi da das ist eigentlich ganz okay schaut solchen druck aus der der abgeranzte look der soll so sein ich meine das ist so ein grindhouse bahnhofskino style flair so ist der ganze film im endeffekt ja also jetzt nicht so der film hat schon der ist jetzt nicht so grisselig da aber ihr wisst was ich meine diese grindhouse geschichten deswegen das natürlich da eine hummerasch quasi und deswegen schaut das auch so anreitig aus aber das soll so sein ja die du qualität ist sehr gut deswegen das schaut sehr schön aus bad as heidi da auf der front auf dem spine haben wir mit heidi stehen sehr schön swissploitation films ja wir haben hier ein blu-ray cd dvd set wir schauen gleich innen rein ja genau deswegen kann ich euch das auch zeigen auf meinem nameless hater kanal spaß weil hier nichts von nameless draufsteht da steht swissploitation drauf auf der rückseite oder sehen wir nochmal unseren neutralizer den neutralizer sehen wir da und ihr seht schon das ist so eine wilde mischung aus samurai und ochsenkopf und schweizer zeug und schaut sehr abgefahren aus da oben haben wir den limitierung sticker das ist so ein holo sticker ich hab den dummer was ist das da 572 mit schönem schweizer kreuz da drin das ist natürlich hervorragend auf der rückseite haben wir keinen spottlack brauche ich aber auch nicht schaut ganz schön aus ist recht anempfindlich mit ein bisschen da tiefen unschärfe haben wir da drin das schaut gut aus gefällt mir ein schönes motiv wir haben überhaupt keine beschreibung auf der rückseite um was es in dem film geht ja braucht man nicht muss man einfach anschauen dann sieht man es wir haben da unten den inhalt 4d special limited edition with blu-ray disk dvd bonus blu-ray und soundtrack cd limitiert auf 2000 stück ja das steht jetzt da hinten alles in englisch drauf ich werde es auch im booklet gleich sehen das ist die internationale fassung das ist jetzt kein deutsches media book ja das ist international auch verkauft worden auch in usa japan überall hin ja also wie gesagt das ist das internationale media book mir aber making of feature drauf mehrere audi kommentare die filme die uns inspiriert haben zu matt heidi übersetze ich jetzt einfach mal interviews mit dem cast director's diaries das ist sehr interessant special effects und so weiter das ist auf der exklusiven bonos bonos die sind auf der normalen blu-ray nicht dabei was auf der normalen blu-ray dabei ist die immer kriegt ihr dann auch bei nameless bekommt ist das making of die audiokommentare und hier diese teaser trailer der rest also hier die inspirierenden filme interviews mit dem cast director's diaries special effects und so weiter das ist auf der exklusiven bonus disk drauf die hier drin ist da war man da ein paar technische angaben ja sprachen aber englisch deutsch französisch und spanisch entsprechend auch die untertitel mit dabei es gibt auch noch japanische untertitel an ich denke mal und katalanisch und italienisch 92 minuten laufzeit haben wir mit dabei produktion aus der in der schweiz natürlich swissploitation arbeiten drauf und den barcode von dem ganzen schönen stück ja und jetzt können wir das einfach einmal aufmachen und wir merken gleich im ein das ist natürlich ich habe schon lange keine von nameless media produziertes media book mehr in der hand gehabt ganze zeit lang das ist sehr sehr dicker papa deckel da also das ist schon wenn man das sich das anschaut das ist schon ein dicker wälzer allein was den einwand angeht das fasst sich schon gut an ich will da gar nicht meckern ich mecke immer so viel über nameless media ja das ist halt so aber das hat andere gründe nicht unbedingt welche mit dem mit der qualität zu tun haben das ist schon schön gemacht aber ganz ehrlich mein so ein dicken banzer da bräuchte ich jetzt nicht unbedingt aber es ist es ist ja nicht nachteilig wenn es so ist und da haben wir dann auf der linken seite auf jeden fall zwei disks schon mal herinnen und zwar ich mein das ist halt jetzt der nachteil ja kickflip trace leute ernsthaft ich weiß und ihr habt das schön andere in videos von kollegen gehört die dann sagen ja das ist halt so weil der hersteller und bla und na ich finde nicht dass man einfach immer sagen kann das ist halt so diese trace niemand nennt mir einen menschen der sagt ja das sind tolle trace und das passt halt für mich immer zu diesem super premium anspruch von diesen von diesen media books nicht ganz zusammen ich weiß nicht wer irgendwann mal auf die idee gekommen ist das macht net plus nameless media exklusiv den schwachsinn machen andere auch und die brechen einfach ab warum das ist einfach ein relativ sprüh das material da das ist nicht sehr biegsam wenn man nicht aufpasst jeder weiß das aber ich habe schon mal tutorial gemacht drückt es runter schön dann geht die disk raus passt so bis lauf dann wird hoffentlich nichts passieren aber es ist trotzdem das ist die blu-ray mit dem film mit dem druck schön auch schaut schön aus dann haben wir da hinten das ist jetzt die extra bonus disk die ist exklusiv hier in dem media book mit drin die kriegt sie sonst gar nicht ja genau dazu ist aber zu sagen das sehr schöne making of enthält sehr sehr viele enthält sehr sehr viele infos die auch dann noch auf diese bonus das drauf sind im endeffekt zum beispiel parts aus den interviews wie distanz gemacht werden special effects und so weiter und auch aus dem director star ist was hier noch mit drauf ist das sieht man auch auszugsweise hier in dem sehr sehr schön gemachten ja making of ja es wirklich zu empfehlen ist was wirklich schön gemacht ist das hat man da jetzt nur ein bisschen ausführlicher drauf ja und wir haben auf dieser bonus disk auch noch interviews drauf halt mit der alice lucy und dem david schofield und mit caspar fandin interviews sind jetzt für mich nicht so super spannend ich muss dazu sagen leider hört man den interviewer schlecht also die die schauspieler hört man gut aber den interviewer der die fragen stellt der ist sehr sehr leise das ist nicht ganz so toll ansonsten hat man sehr schön zusammenschnitt da drauf von den filmen die inspiriert haben ist nicht so soll der bissel netz haben schnitten aus szenen auf andere filme aus dem exploitation bereich mit netter musik das ist ganz interessant nach director diaries da gibt es halt eben wie gesagt da geht es dann um storyboards location suche special special effects netter haben wir separat noch was kostüme und so weiter ist ganz interessant noch aber auch nichts zu wildes das der vfx breakdown also wo es um die special effects geht ist sehr interessant weil man da so bildvergleiche hat wie sie das zähne ohne zum beispiel die cgi effekte aus und mit wie ist das gemacht sehr interessant sehr spannend nicht zu ausführlich dass man dort zur stunde dort und sich das anschauen das kann man schnell weg snacken und man hat einen schönen eindruck wie die special effects machen das finde ich sehr schön was sie drauf ist und noch ein nettes stand will aber auch da nichts zu wildes das ist wirklich halt was für die für die fans das ist der bonus für die fans wo man schnell gut aufbereitet und interessant einfach und unterhaltsam noch ein paar sachen präsentiert bekommt aber wie gesagt vieles davon bindet sich auch im making of also man wird jetzt wahrscheinlich nicht sterben wenn man die bonus blu-ray netter hat ja so viel dazu so dann schauen wir auf der rückseite noch da haben wir nämlich den film außerdem noch auf dvd wenn man das braucht die bräuchte ist heute mit dabei und dann haben wir da hinten noch den original score der ist auch sehr schön ist auch sehr geil damit der die harmonika in die fresse auch da inspiriert aus vielen vielen filmen sehr sehr schöner soundtrack ja auch der macht spaß ich freue mich dass er mit dabei ist ich glaube der wird aber dann in die späteren media box dann kommen an und mit dabei sein ich will es aber nicht beschwören ja ich glaube aber schon so in den druck haben wir nichts es ist nichts das ist einfach bloß so da sieht man mich das ist ja da ist halt nichts einfach in den druck hat man sich spart wochen auch immer ist also ja wurscht ist natürlich das buch ist es das ist natürlich eingenäht gewebt geht ja es ist ein gebundenes poket ja es ist natürlich schon die höchste qualitätsstufe das gibt das ist auch schön das gefällt mir sehr sehr gut das hätte sie auch gut macht da auf der front sogar noch ein bisserl besser gefallen aber gut das haben wir jetzt gefragt wird von heidi weil das hätte heute ganz ehrlich bei solchen grindhouse exploitation dinge da passt es mit denen credits und da ist das fast ein bisserl zu clean finde ich weil so dieser grindhouse look ja da gehört sich das so ein bisschen mit dazu mit diesen credits und dem ganzen zeug deswegen da hätte man das fast besser gefällt ist ja einfach ja aber ist halt so ich habe ja schon gesagt das bucket ist natürlich komplett in englisch ja weil es die internationale version ist da ist nichts in deutsch drehen da haben wir ein paar wir haben jetzt sehr sehr viele von diesen ganzseitigen fotos die wirklich sehr sehr schön sind ja aber wir haben relativ wenig text drin immer ein klar da geht so ein kleines bisserl bis dazu gekommen sind das wird diesen film zu machen und aber ihr seht schon gut immer so was es halt wird ja das ist nett das sind die ganzen auszeichnungen für den film ich meine die sind zu recht da sieht man die sind so recht stolz auf ihren film und das können es auch wirklich zu recht sein aber das ist natürlich jetzt ein bisschen verschwendete seite aber dafür haben wir da ein schönes bild von der von der netten heidi und hier caspar fandin und david schofield ja da hängt ein bisschen das mikro rein gut vielleicht ein bisschen das foto ein bisschen aber gut was soll ich glaube das ist halt so vom set so ein foto das ist schon okay ja so dann über so ein bisschen die hintergründe die filme die uns inspiriert haben haben wir da eben aber wirklich das ist sehr knapp gehalten einfach vom text her auch so jetzt blaxploitation filme zum beispiel ja da haben wir dann natürlich auch als inspiration mit dabei hier der thriller dann usa deswegen habe ich ja extra mal inser t-shirt heute an black mama white mama ja lady snowblatt zum beispiel auch aber das ist sehr wenig text es ist sehr bildlastig das booklet swissploitation birth of a new film genre da geht es natürlich in background von heidi und so weiter und und schweizer geschichte und und diese schweizer klischees die in dem film ja zum tragen kommen schönes doppelseitiges bild hier mit kommandant knor ja der kommandant nord ist einfach der knaller der magic of practical effekt ein bisschen was aber ist jetzt schon sehr aber die explosion die ist tatsächlich echt ja wurde ich meine erinnert natürlich unweigerlich zum beispiel an from das till dawn ja wo die gecko brüder aus der tagstelle kommen damals das sind es gibt in dem film sehr sehr viele referenzen auf auf andere firmen einfach und er seht da man zum beispiel aus diesen schönen practical effects na oder auch hier der arme geißen peter der da in die luft gesprengt wird die laktose zombies ja genau hier das design der cheese factory na wie das aufgebaut ist production design dann hier der neutralizer sehr seid das sehr cool dass der endboss der endboss von matt heidi finde ich eigentlich schön gemacht schönes lustiges kostüm der kampf war gut aber hätten ob da hätten es vielleicht nur ein bisschen mehr auf die kacke hauen können aber war schon gut hat spaß gemacht auf jeden fall da in der arena wie gesagt sich erinnert unweigerlich an gladiator ja dann heidi props da haben wir uns noch mal ran da hat die heidi badass heidi ja so die waffen die helle barde mit dem edelweiß sehr schön da mal ein paar von diesen props da ja ja wie gesagt sehr fotolastig da haben wir den schädel den abgelagten schädel von unserem von unserem ochsen ja und dann sind wir durch also ihr seht schon das booklet ist sehr stark bildorientiert da gibt es jetzt nicht allzu wilde infos über den film da kann ich euch wirklich empfehlen schaut euch das durchaus informative schöne schön gemachte making of an das lohnt sich da wirklich ich bin ja jemand ich schaue nicht unbedingt für jeden film sämtliches bonus material an das kommt dann immer darauf an es gibt auch bonus material das mich überhaupt nicht interessiert wie gesagt so interviews meistens näht ja aber wie gesagt schöne making of's oder auch dieses directors diaries und gerade die special effects sehr sehr interessant deswegen habe ich mir da das gleich mal komplett reingemeldet was da schönes drauf ist tipp noch was die deutsche synchro angeht die ist okay ja die deutsche synchro ist okay die wird jetzt keinen super preis gewinnen ja schul note 3 ja würde jetzt sagen die ist das ist jetzt kein porno synchro oder sowas die ist schon in ordnung schaut den film im roten an auf englisch ist auch die empfehlung der macher würde ich euch auch empfehlen das kommt in englisch einfach cooler rüber ich habe mir mal komplett jetzt angeschaut in deutsch weil ihr wissen wollt wie ist die synchro aber gerade der kommandant knor ja der ist in deutsch halt nicht so geil ja schaut es in englisch an ja ihr werdet ihr übrigens wenn es hier ist making of anschaut werdet ihr untertitel brauchen das ist zwar auf deutsch aber das ist halt also die regisseure reden halt in schwitzerdeutsch das ist halt also deutsch theoretisch ja ihr werdet wahrscheinlich untertitel brauchen dazu aber das ist ja ist ja kein problem aber es ist ein schönes making of mit dabei jetzt sind wir durch auf jeden fall hier mit dem unboxing und wir sehen uns gleich nochmal in der anderen kamera und das war es jetzt das video zu matt heidi zur collectors edition von matt heidi und ich hoffe ihr habt einen schönen einblick jetzt bekommen in den film ob der vielleicht was für euch ist in das media book ich kann jedem gratulieren der es hat für alle die jetzt da vielleicht pech gehabt haben nochmal die bonus disk die da dabei ist die ist nett die ist für die harten fans die supported haben wirklich ein nettes gimmick aber kein must have schaut einfach das schöne making of an da werdet ihr viel davon drin sehen das und das ist ja einfach auf der normalen blu-ray mit dabei also ihr müsst jetzt nicht ganz so viele weinen ja und ich finde die supporter so wie ich zum beispiel die schon frühzeitig investiert haben die haben ja auch so ein kleines bonbon verdient vielleicht hätte man es von vornherein machen sollen dass die dinge halt wirklich an die crowdfunding supporter ausgehen und dann hätte vielleicht dieses hackmeck was in dem letzten video mit vertrieb und so weiter und wir schicken es dann nicht nach deutschland weil nämlich es und bla das hätte vielleicht dann gar nicht geben aber das soll jetzt uns die stimmung nicht vermiesen weil der film ist super und ihr bekommt es ja und es kommt von dem das noch was und wenn sie kein media book kaufen wollt dann holt sie es gibt es bei cd der film ist es wert mir hat er sehr gut gefallen ich hatte sehr viel spaß und ich hoffe dass das von unserem regie duo noch weitere filme kommen ich würde mich auf jeden fall sehr drüber freuen schreibt mir eure meinung gern in die kommentare ja Habt ihr den film schon gesehen wollt ihr euch noch holen steht sie auf sowas so exploitation zeug oder sagt sie puh gar nicht so ein rotz schall überhaupt nicht an habe keinen bock darauf schreibt mir es gerne in die kommentare gibt es dem video einen daumen hoch oder daumen runter je nachdem wie es euch gefallen hat da verlinkt ihr euch noch was zum anschauen da könnt ihr den kanal abonnieren wenn sie es noch nicht gemacht habt und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten video wieder macht's gut bis denn ciao und servus und vor allem ganz ganz liebe grüße in die schweiz